Hallo, es freut mich, dich hier wiederzusehen. In diesem Video betrachten wir die Konstruktion einer Raute und eines Parallelogramms. Beginnen wir mit der Raute und ihren Eigenschaften. Was wissen wir bereits? Die gegenüberliegenden Seiten sind parallel zueinander. Die Raute besitzt vier gleich lange Seiten. Und zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich groß. Mit diesen Eigenschaften werden wir jetzt eine Raute konstruieren. Du benötigst jetzt ein Blatt Papier, einen Bleistift, ein Geodreieck oder ein Lineal, ein weiteres Geodreieck und einen Zirkel. Stoppe dafür das Video, bis du alles bei dir hast. Für die Konstruktion sind die Seitenlänge A mit 4 cm und der Winkel Alpha mit 50 Grad gegeben. Beginne mit der Seite A. Sie soll 4 cm lang sein. Beschrifte die Eckpunkte mit A und B. Nun soll der Winkel, welcher von den Strecken AB und AC eingeschlossen wird, 50 Grad groß sein. Jetzt verbindest du den Punkt A mit deiner Markierung. Stelle nun die Seitenlänge von 4 cm in deinen Zirkel ein und schlage die Länge ausgehend vom Punkt A ab. Jetzt konstruieren wir die zweite schiefe Seite der Raute. Dieser ist parallel zur Seite AD. Also konstruieren wir sie durch Parallelverschieben. Du benötigst dafür beide Geodreiecke. Lege eines auf die Strecke AD und das andere legst du an dein erstes Geodreieck so an, dass du den Punkt B auch erreichen kannst. Achte darauf, nicht zu verrutschen. Zeichne jetzt eine beliebig lange Gerade von Punkt B aus. Entweder schlägst du hier wieder die 4 cm ab oder du konstruierst gleich die letzte Seite, welche sich mit dieser schiefen Seite der Raute schneiden wird. Aufgrund der Eigenschaft, dass zwei gegenüberliegende Seiten parallel sind, erhältst du die letzte Seite wieder durch Parallelverschieben. Vergiss nicht, die restlichen Eckpunkte zu beschriften. Nachdem alle Seiten konstruiert sind, kannst du überstehende Seiten wegradieren. Gut gemacht! Du hast soeben eine Raute konstruiert. Wie du sehen kannst, sieht eine Raute wie ein schiefes Quadrat aus. Ist der eingeschlossene Winkel im Punkt A kleiner als 90 Grad, dann ist die Raute nach rechts geneigt. Ist er größer als 90 Grad, dann ist die Raute nach links geneigt. Lass uns jetzt ein Parallelogramm konstruieren. Ein Parallelogramm besitzt je zwei gegenüberliegende parallele Seiten. Diese parallelen Seiten sind immer gleich lang. Und wie bei der Raute sind die gegenüberliegenden Winkel gleich groß. Das Parallelogramm kann man sich als ein schiefes Rechteck vorstellen. Gegeben sind die Seitenlängen A mit 6 cm und B mit 3 cm. Auch der Winkel Alpha ist gegeben mit 40 Grad. Beginne mit der Seite A, welche 6 cm lang sein soll. Beschrifte die Anfang- und Endpunkte mit A und B. Für die schiefe Seite B im Punkt A soll der Winkel 40 Grad groß sein. Verwende den Geodreieck dafür. Zeichne jetzt eine Gerade, welche bei A startet und durch deine Markierung durchgeht. Die Länge dieser schiefen Seite soll 3 cm sein. Stelle die 3 cm in deinen Zirkel ein und schlage die Länge auf der schiefen Geraden ab. Für die zweite schiefe Parallele Seite wenden wir wieder das Parallelverschieben an. Verwende beide Geodreiecke und lege sie so an, dass du zum Punkt B parallel verschieben kannst. Nach all dem Parallelverschieben sollte das für dich kein Problem mehr sein. Damit die Parallele Gerade dieselbe Länge hat, kannst du auch hier mit Hilfe des Zirkels bei B ansetzen und die noch eingestellte Länge abschlagen. Oder du konstruierst direkt die vierte und letzte Seite des Parallelogramms und schneidest diese mit der schiefen Geraden. Erzeuge die letzte Gerade auch hier durch Parallelverschieben. Lege beide Geodreiecke so hin, dass du die waagrechte Gerade A, B zur Markierung verschiebst. Zum Schluss beschriftest du die beiden letzten Eckpunkte des Parallelogramms. Jetzt kannst du überstehende Seiten ausradieren. Fertig ist unser Parallelogramm. Super gemacht! Du bist nun in der Lage, selbst eine Router und ein Parallelogramm zu konstruieren. Bis zum nächsten Mal!